hey komm jetzt müsste nur ein killer kommen der das auch also die haben mich damals so durcheinander gebrochen mit diesem scheiß weil die zusammengelaufen sind dann immer durcheinander da hat der eine den runter geholt ich wusste gar nicht mehr welcher was wer war jetzt dann kam auch wieder ein anderer die seien ja alle gleich aus ne ja das problem ist wenn du es nicht willst hängst du vielleicht ein dreimal auf obwohl du den liegen gelassen hättest das habe ich ja mit den clodets gar zu farben ist das total schwierig jetzt also das ist ja zu farben auch ja weil wenn er dich hinhängt da weißt du gar nicht mehr wer einen häzigen hat kannst du wirklich nur noch zweimal naja ne kannst du auch nicht weil dann kann es ja trotzdem sein wenn die sich hinsetzen kannst du die dann höchstens aufhängen aber aber dann würde auch jeder verstehen wenn du wenn du hinterher sagst sorry ich dachte es wäre der andere oder so ne und in der gestörten abteilung das passt jetzt zu unseren vier davids die alle gleich aussehen so warte mal einen habe ich bist du das ne ja ich bin auch hier bist du das ich weiß nicht wer das ist ja du bist du ich jetzt bin gerade extra in die hocke gegangen weil wir das immer machen wie es geht geheim mit einem anderen also das heißt also das heißt er kommt hier als erstes hin ja er geht ja immer erst dahin was am weitesten entfernt ist links ist ein oder es ist ein lila totem durchleuchtet ne das ist nicht leuchten das ist nicht leuchtet ich weiß aber wir haben ruinen also hier blinkt es irgendwo es könnte natürlich auch sein dass der fallen stelle ist und ich dann eine falle finde aber jetzt doch gerade geblinkt aber achso nee ich sehe jetzt warte mal ich weiß gar nicht wer jetzt getroffen ist das ist der andere oder killer ist bei uns es ist der clown glaube ich wenn ich das gerade richtig gesehen habe guckst du nach dem achtings gerade aber ich vermute es ist in der mitte weil der clown auch direkt zur mitte gegangen ist dann brauche ich zumindest nicht auf fallen aufzupassen ich versuche mal in der mitte ich komme hier gar nicht rein doch hier ist ein eingang war das nicht letztes mal oben irgendwo hier oben scheint gar kein totem zu sein ich habe den einen david geholt und der hat mich jetzt auch erwischt der clown ich gucke mal in einer hütte jetzt hängt er mich wieder hier oben hin wo ich eben hing ach du hast schon gehangen ne ne ich hab noch nicht gehangen weil du gesagt hast wo ich eben hing wo der andere eben hing sorry auf dem berg ist das ne der ist aber noch hier in der nähe oh 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 ja ja er kommt gerade in meine richtung er kommt zu dir ja ja wir heilen uns herzlich hier achso haben sie dich runter geholt der andere kommt auch noch der hat sich umgezogen wieder der hat sich wieder umgezogen wie kann der sich in ach nee oder es ist dieser bug hier ist ruin hier scheiße wo bin ich oh fuck ich kann das da ist dieses grüne runde dieses äh äh geradeaus von euch ich weiß nicht ob du dabei bist ja stimmt der sah jetzt anders aus ja fuck wenn ich jetzt weiß wo der clown hingeht könnte ich zum ruin ja wo war das denn wo war es denn ich bin sag es mir nochmal ungefähr ah ist schon weg ist schon weg sehr gut wahrscheinlich ist der eine dann noch dahin hat gedacht oh scheiße hier ist ruin gerade wieder der mich eben gehalten der hat das ruin weg gemacht hallo oh der andere wird aufgenommen scheiße kannst du den holen ähm ja ich bin hier gerade am gen wo das feuer ist aber ich kann dir gleich unterbrechen wenn ich weiß wo der hängt der ist gleich bis zur hälfte ich denke mal der kommt eh nach hier dann ich versuche ihn zu holen vorausgesetzt der clown sieht mich nicht oh er ist direkt damit vorbeigelaufen ja er hat den jen jetzt gerade kaputt gemacht nehme ich an ich habe jetzt nicht geguckt aber warum habe ich schon zwei hakenrettungen ich habe doch nur eine gemacht warum hat er mir einen zähler von zwei jetzt nein dieses arschloch hat den runter geholt ach du ihr wart beide da ich brauche die punkte ne ich war alleine da aber er ist von der anderen seite irgendwie dahin gelaufen keine ahnung ich sehe hierbei nur noch davids ich weiß doch nicht wer wer ist er ist jetzt an der weißen hütte also der clown hab den einen ne der hat sich geheilt glaube ich ja der hat sich gehalten so der jen wo ich jetzt dran sitze der ist auch wieder zwei drittel wenn er da jetzt nicht wieder drauf war ach du bist das an der hütte warum sage ich denn das dann ich komme in den keller ja ich komme in den keller komm den schaffe ich noch scheiß prestigeklau wie kann man einen clown prestigen echt oh ich versuche dich zu holen aber der ist noch oben was ist denn der eingang jetzt ja irgendeiner läuft aber schon die clown zwei hin nein lass den in ruhe ich will da hin ich brauch die punkte ich glaube ich habe eine taschenlampe gehört du hast es geschafft oder willst du wissen dass ich das bin der braune war achso ich könnte mich eigentlich mal heilen wenn er zu zweit hat er kommt in unsere richtung ich bedanke mich auch ich bedanke mich auch weiss ja keiner wer hat was gerade gemacht hat in der mitte habt ihr den schon gemacht hinten drin habe ich nicht gesehen dass der gemacht wurde oh warte er kommt auf uns zu ich wollte ihn eigentlich abnehmen scheiße der läuft schon der jagt den gerade an den berg glaube ich wo ihr die ganze zeit aufgehangen wurdet da hinten ja da wo er hin läuft da ist noch einer der noch nicht gemacht ist da sind da wo er jetzt hingefallen ist quasi also ungefähr ein bisschen daneben da ist noch einer ich bin da in der nähe im schrank ich sehe noch mit dem kreis nicht wo der klar da der ist nach rechts gegangen bist du das ja ich hole ihn ja danke ja wieso kannst du nicht ja mach komm ja ich hab das ding noch wer als erstes kommt kriegt halt die punkte ich hab gedacht ich krieg vielleicht noch einen zweiten zähler aber ja du kannst ihm heilen helfen das wäre viel schneller ja da krieg ich keinen zähler für nur wenn ich eine sichere warte aber du kriegst punkte dafür ja ich bin ja am gen da krieg ich auch punkte für das war ganz knapp noch der perfekte aber wie kann der sich umziehen oder ist das wirklich ein bug gewesen oh er kommt und wo kommt er das weiß ich gerade nicht ah von da oben wo kam der denn jetzt bitte her jetzt habe ich meinen datter benutzt um nicht in das zeug rein zu laufen geil oh scheiße ich hab nicht gesehen dass der da stand ich konnte hier auch nirgendwo hin ich musste die ganze Zeit diesen blöden dingern ausweichen einer ist wieder zum jen pass auf der ich weiß nicht wer es jetzt ist der hat nämlich eine flasche in die auge bekommen scheiße er hat mich hoch der einer er kommt zurück er kommt zurück pass auf junge nachdem er liegt ne du liegst ne ich lege aber ich lieg gleich wieder wenn er so weitermacht oh ja er ist ja nicht weg gegangen scheiße ich mein gut der hätte jetzt die punkte fürs heilen bekommen aber der jen ist fast durch der eine er nimmt dich auch okay ja ich glaube ich bin aber jetzt tot ich hab eben schon gestruggelt also wenn kümmere dich um jen aber nicht den neben mir geht direkt zu dir äh ich bin nicht tot hab ich nicht eben gestruggelt äh war das in der runde davor ich hab noch gar nicht gehangen ähm schlechtes gedächtnis oh heil dich doch nicht du weißt mich doch in der zeit schon lange holen können wo kam der denn her freu dich du hast denn du arsch verklauen oh er war soweit der jen ich hab den das ist nicht mehr viel ja ja ich weiß ich wollte ihn ja machen und er saß auch dran mit deiner erlaubnis versuche ich erst kurz zum jen zu gehen ja der andere liegt der andere liegt äh ich werd grad geheilt ich mach den jen ich weiß ich bin jetzt tot aber der jen ist durch ja freudig den Ast nur weil ich hier geblieben bin ist doch scheiß drauf ist doch scheiß drauf genommen ich hab darauf spekuliert dass ihr Adrenalin habt aber irgendwie hat keiner von euch Adrenalin ich bin nur ein drittel hoch ne also vorsichtig falls du das bist ich weiß es ja nicht ja ich bin tot ja ja ich bin tot ja wir werden mich noch mehr ach der läuft hinter dir dann halt die andere nicht gerade ja oh tschuldigung ja ich renne mal weg ok dann weg ich wollte ihn eigentlich jetzt da gehalten haben aber der muss ne daily haben so oft wie der auf einen drauf wirft der weiß hoffentlich aber dass der verschiedene Leute treffen muss ich mein gut bei uns weiß er ja nicht wen der trifft ne na gut er weiß es schon wenn er es unten beobachtet jetzt weiß ich aber null wo die Ausgänge sind scheiße ich auch da hat er mich gerade aufgehangen der eine ist nach rechts gelaufen ist da ein Ausgang entweder das oder ne Klappe fuck freu dich nast ja freu dich nast hast du schon zweimal gehangen oder wenn er mich aufhängt bin ich tot ja scheiße ich komme auch nicht so schnell nach da oben jetzt guckt der und wirft da was runter ach der Ausgang ist auch schon auf hier ich dachte der hätte hier jetzt therefore fach lauf lauf auf lauf 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 wachen wieso bleibt dich ständig stehen ach weil er View Becken will ja geil diagnos und Terry lauf hinter dem her und will den da... Ey, das war geil! Das war geil! Scheiße, ich hab zwar wieder meine Deli nicht gemacht, aber... Bist du nicht mit rausgekommen gerade? Doch! Ja, dann hast du... Achso, mit dem Öffnen musstest du, ne? Du musstest nicht hinkommen, ja. Oh! Oh! War wahrscheinlich doch noch der eine, der sich bedankt hat, weil ich dahinter war oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hab bei den ganzen Davids ja nicht mehr gewusst, wen ich gerade schütze. Ey, die haben den so blockiert, dass ich rauswickeln konnte das erste Mal, ne? Und dann direkt am Ausgang auch noch. Ja, ich war nicht schnell genug bei dir. Das ist das Problem, weil du warst ganz oben, wenn ich die Aufnahme hochlade, kannst du es sehen, du warst ganz oben in der ersten Etage, ne? Und ich war hinter diesem Hügel unten und ich guckte gerade und dann hast du gesagt, ja, ich bin dann tot. Und dann hab ich mir gedacht, ja, scheiße, bist du da hingelaufen bist und dann noch den Eingang gefunden hast, weil da gab's irgendwie nur zwei Eingänge. Aber der eine hat 25.000 Punkte gekriegt. Ja, es haben zwei mehr als der Killer bekommen. Obwohl ich sagen muss, also er hat jetzt nicht schlecht gespielt, also er ist jetzt nicht immer nur auf einen und hat getunnelt, ne? Nee, nee, er hat mich an den Mund beworfen mit diesem Zeug. Ja, da hast du ja doch gesagt, ich bin jetzt tot, so ganz locker. Und ich so, ich geh nochmal kurz an Jen vor, ja. Und er die ganze Zeit, werf, werf, werf. Und ich denk, was macht der da? Wirf der dir mal die Flaschen in den Rücken, damit du dann stolperst, oder? Ja, ja, damit ich, ja, ich werd ja verlangsamt dadurch, wenn ihr mehr recht davon habt, ne? Ja, eine ist eigentlich schon ekelhaft genug. Also, wenn ich eine Flasche richtig abbekomme, dann bin ich so langsam, dass der Killer einfach nur zwei Schritte gehen muss und mich kriegt. Also, das ist schon echt abartig manchmal. Aber die Runde war jetzt geil. Auch wenn der eine Idiot sich da nachher nochmal umgezogen hat. Ja, wobei, ich denke mal, es war ein Anzeige-Bug. Wo wir rein sind, hat er die gleichen Klamotten angenommen. Ja, ja, ich denke mal, es war wieder typisch dieser Bug, ja. Aber die war geil.